Hallo Leute, heute zu einem kleinen, lustigen Video. Wir machen heute mal eine Runde Snipey-Mode. No, ich kann nicht in dein Team. Scheiß drauf, ähm, ich bohne mal raus und nochmal rein, egal. Und wir sind da, wir sind eigentlich voll die schlechten Sniper, deswegen einfach mal so aus Pfannen, weil wir so schlecht sind. Und go. Ich bin bei Spätz, nach so du. Ja, ich bin auch, ja, ich auch. Ja, one shot, da hab ich schon mal einen weggesnaked. Fuck, da hat sich einer auf den Boden gekroppt. Ja, ich hab den gar nicht gesehen. Arschloch. Ah, du hast ihn nicht, also noch nicht getötet. Nee, ich bin ja bei jedem mal schon. Ah ja, jetzt hab ich mir meinen Throwing-Knife wieder hochgesammelt. Ah ja, wir müssen mit dem Throwing-Knife? Ja, wir können das Messer werfen. Und jetzt kann ich mir nochmal meinen Spawn umkochen. Ich werfe mal einfach hoch in die Luft. Irgendwann wird's runterkommen, wenn ich da jemanden treffe. Na, das bezweifle ich. Ah, da ist jemand hoch. Also, wie gesagt, wir sind's auch nicht. Wir sind, wir können übelst nicht snipen. Und... Naja, ich bin mehr mit dem Throwing-Knife spezialisiert als mit Snipen. Oh oh, Arschlöcher, Arschlöcher auf zwei Wochen. Arschlöcher. Oh ja. Hä, wieso war das kein... Oh, einfach Messern, wenn's nicht geht. Wenn's nicht anders geht, Messern. Ah. Einfach hochrennen. Fuck, ich bin so schlecht da drin. Einfach mal Messer werfen durch die Gegend. Fuck. Ich war fast bereit zum Schießen und dann Mama. Aber nur fast. Oh, und dann kommt einer von oben. Dort, wo du hingehst, gibt es kein gutes Karma. Okay, ich mach mal mal. So, was, ich habe ein Granatwerfer. Hecker, der Zähne, der Waffe, gehellt. Letzigen Granatwerfer dran geh갖t. Nein, geht nicht. Schenken, entweder es mal hinterher, wenn auch die Verantwortung ist, oder du rauscht. Ich brauche es, nein, dann hinterher, wenn ich mir schlechtest. Wenn man das jetzt bei mir gelernt hat, hat ich... Fuck. 7 ja Orsha von den OO wir können nicht mehr das ist so lustig na ja einmal hatte ich hoffen dass mal auf dem Zeitpunkt das war eine gute Runde 15 10 ich habe es jetzt noch kein einzigen gekillt ja noch einig gekillt ich habe es jetzt noch kein einzigen gekillt ja fuck yeah gekillt und zwar wieder gekillt los Messer fliege lol schon wieder gekillt wow nein 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 so geht das aber nicht nur seit einer wirklichen Maschinengewehr das wurde jetzt manchmal zweitwaffe ist nicht verkacken ein Jahr gehabt deswegen heißt es ist ein IP-Server wir machen es eigentlich nur hier so ausfahren weil wir sind weil ich zumindest bin so schlecht Sven ist zumindest nicht so schlecht wie ich aber er ist auch nicht der beste im Snipen stimmt Sven ja ich bin sechs mal gestorben und vier Kills und ich bin zweieinhalb mal gestorben und null Kills du bist zehnmal gestorben komm schon Messer an Messer an der ist bei mir 1 ja mach ich ja gedacht ja der war das mit dem Maschinengewehr so ein kleiner Karten der ist die Hände dort sind ich habe das recht gebannt werden sollen wir können die können die so schnell schneiden sei denn die das ist um Lott Lott aber dass der Ehre dort zu müssen und dieses skype vor Ort ist er hat auch ein Maschinengewehr Nein, das ist wie sehr komische Ehle Dotsda. So, ich hab mein Messi wieder aufgesammelt. Oh yeah, ein Hatch. Nein! Ey, dieser Vollhacker-Spacko. Der muss gekillt werden. Hier, machst du killt. Dann sah ich sein Gewehr auf. Ey, dieser Kack-Noob. Fuuuck. Ich sag mir, wir sind genau in den Himmel geworfen. Irgendwann wird's runterkommen. Mal Internetverbindung, ich will dich grad abspacken. Du läckst. Und dann kommt der mit dem Maschinengewehr. Der kommt jetzt grad ins Haus. Der kommt jetzt grad ins Haus. Ich bin so ein Hacker und isch. Loll! ja jetzt sind da wieder den Granatwerfer erster Kill ich hab Hanna Abdullah gekillt ohr so einverfickter Nu hast du nur mal geschrieben dass der raus soll ja irgendwie automatisch meine Gruppe gechanged ja da war er wieder mit einem verkackten Maschinen die er soll die Leute aber mein Interessenten bitte gleich abspacken durch das Jahr beobachten kann glaube ich mal ja das der er ist tot er ist noch bei mir im Team ein bisschen ich habe auch schade das ist ein G36 CC geht es nicht oder war zu nähen er ist mehr was weiß wo es liegt er wurde es dann er ist weg hat sich schon mal genommen oder keine Ahnung was muss dieser Kumpel das ist oh mein Gott ich hab 20 Tode und 7 Kills ich hab 17 mein Ping ist mein Ping ist warum bin ich rot warum bin ich rot in der Liste da ein Maschinengewehr gehört der Maschinengewehr Typ ist aus deinem Team okay ich kacke grad richtig ab mein Laptop leckt hier grad übelst was eigentlich sehr komisches ja wie ihr seht ich denke ich bin jetzt hier nicht so der Pro ich bleib jetzt mal stehen bis ich hier meine Internetverbindung wieder gefangen habe okay ich bin jetzt wieder gefangen vor allem ist dieser komische Elodotz ich lass den mehr rumlaufen ja Elodotz ist dein Kumpel mhm bis er tot ist mhm Elodotz ist so ein verkackter k-kackern k-kackern ich warte bis er steht mhm bis er stirbt mhm bis er stirbt mhm m m m m m m vor zweiter Kiel gemacht in der letzten Sekunde 9 Kills und 24 Tode jetzt kommt Achtung 20 Tode 3 Kills echt ich habe den letzten Kiel ich habe den letzten Kiel siehst du ähm wechseln aber das nur Scope gemachtes Sack ja ich hab einfach ordentlich drauf geballert Team Death mhm ist es weiterhin Snipe das ich da man vielleicht noch eine Runde wir machen dass man eine Aufnahme Pausy und wir sagen tschüss Sven das letzte Wort ja macht das was sie an den anderen Platz auch machen sollte und machen werde denn wir befehlen das euch und ihr müsst aufhören nennen so nein natürlich nicht ein Spiel sind humorvoll nein bleibt es auf Twitter oder macht auch macht irgendwas halt damit jedenfalls dass jeder kennt und wir verabschieden uns damit tschüss ich habe das letzte Wort